Guten Tag, guten Tag, guten Abend, guten Abend, also das war natürlich eine nicht vollständige Ausdrucksweise, gesetzt den Fall, es findet auch die Zustimmung im Parlament, könnte eine deutsche Kommissionspräsidentin werden, erste Frau und nach 52 Jahren wieder ein Kommissionspräsidentenamt für Deutschland. Wir hatten das, wie gesagt, 52 Jahre nicht. Frankreich hatte seit dieser Zeit bereits vier Kommissionspräsidenten zum Beispiel, also man kann nicht sagen, dass jetzt hier irgendwie eine ganz ungewöhnliche Sache passiert ist und trotzdem hatte im Spitzenkandidatenprozess Manfred Weber für dieses Amt kandidiert. Ich habe heute sehr lange mit ihm gesprochen und ich möchte ihm auch danken, will ich bei der Gelegenheit noch sagen, dass er gesagt hat, wenn es um Europa und um das Land geht, dann macht er diesen Schritt zurück. Dass ihm das nicht leicht gefallen ist, kann man sich, glaube ich, auch vorstellen und insofern gilt ihm auch mein ganz besonderer Dank. Das wurde ausgesucht, weil sie im IWF eigentlich eine unstrittige Führungspersönlichkeit und Führungsaufgabe wahrgenommen hat und ich glaube, dass man, wer das kann, auch Chefin der EZB werden kann. Das war die allgemeine Überzeugung. Manche Dinge passieren eben immer zum ersten Mal. Das ist einfach so. Aber ich glaube, Christine Lagarde verfügt über so viel Erfahrung und Wissen, dass sie auch weiß, was sie vielleicht nicht weiß und wo man jemanden fragen muss. Sie wird es mit Umsicht und großem Engagement so machen, dass es dem Euro gut gehen wird. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank.